willkommen zu einer neuen folge von darksides 3 und es geht direkt weiter und wir kriechen mal durch diese luftschacht und ich befürchte ja wie gesagt dass wir jetzt nahe eine von den todesplagen sind hört sich ganz so an wahrscheinlich ein paar räume oder das auf jeden fall ein mensch retten ja ich ein paar räume gehen dann ist hier die todesplage wahrscheinlich irgendwo in der nähe jetzt auf jeden fall nach unten es gibt die zwei richtungen gehen wir nach hinten okay da ist abgesperrt versuch was wert versuch was wert und gut ist nichts geht es runter und da geht's hoch moment mal das glaube ich ein gang versteckt ja meine augen sind alles dass eine lide gegner dort habe ich das ausweichen noch mal ausgewischt und noch mal und er ist tot jemand spartstück und glühende überreste es war doch für ein level also ein lösen und dann war es ein level punkte man hatte perfekt gehen auf magie du 15 ist mal wieder so ein runder punkt welch physischen schaden mache hier so ein bisschen wie der glaskanone da oben sehe ich doch schon wieder gegner rumfliegen aus maul alles wäre so ein port fisch tüppi aber weniger da ist noch ein gefallener engel da daneben und die play jung war kein item da oben ist ein item mit der feuerform dürften hochkommen oder perfekt und rosa lörkerhaufen so das ist stromkasten aktivieren geht es darauf ja item nehmen und da ist ein tag im monster leuten schreien ist eher eingeschläfert ein fragment angeht ob man da hoch mit der feuerfähigkeit ja ich gucke aber noch mal was unten in dem tor ist weil wenn da jetzt zweimal der tage kommt heißt es dass der tage geskriptet ist und das heißt es ist die richtige der richtige weg aber das war eine abkürzung nur trotzdem geil gut zu wissen gut zu haben also dann weiter den geskripteten weg folgen und und noch mal so da ist kein item ist ja schon kommen die nächste todesplage ist dieser kack tragen komme ich da rein ja ja übertreibt und zack enges artefakt so ansonsten aber nichts mehr nehmen hier geht es runter okay das sind auch normale gegner hier erst mal sturmform und elektro ich würde mal aktiv so fett sack daneben da oben ist ein scheiß beschwöre hätte müsste ich ausschalten am besten jetzt echt zwei drängen verbraucht geil danke wirke haufen mussten weg zwei wege bei wege als abkürzung hier oder was okay ja so ein fragment dann geht es war so klar alle volles auge zu der bett nee ich möchte nicht ok der tage springen oder nette echt sie haben die scheiß brief hier mit eingebaut ok noch kein offizieller boss kam es ist gerade noch kämpfen und flüchten so aus eine mischung es kommt klar screen er öffnet ich so habe ich noch eine tür aber keine tränke mehr ich habe nur noch meine heilfragment und die möchte ich nicht verbrauchen immer da ist auch nichts gibt es nichts auch nichts hier geht es runter aber hier war ich doch schon ist auch wie er so eine art shortcut nur ach so oder darf ich jetzt an den weg wo ich rausgezogen bin von der krage weiterlaufen das könnte natürlich sein direkt mal abchecken gehen und so na 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 rüber da und da ich bin da oben lang gegangen dann war ich weggezogen naja da und da die mich rausgezogen und da ist es aber dicht das ist abkürzung nur hier das heißt es geht jetzt genau lang draußen beim kragenmonster fragezeichen da unten liegt auf jeden fall noch ein alter eigentlich ja dann so und wenn dann gehe ich mal hier unten lang draußen wo der checkpoint ist man durch mich schnell reisen mit dem anderen punkt das ist natürlich die frage wo es war füße zu fernstraße das ist wo ich bin ist nee welchen weg muss ich dann gehen ich bin da hingegangen und dann darunter zu kommen das reicht doch dann oder ich verstehe halte ich logik netzes gab es so viele abschnitte der welt wo es keine shortcut gibt es und jetzt gibt es diesen diesen abschnitt hier da gibt es zigtausende short cut auf einmal die noch mal hier runde was ist das ist das war das ja ja deswegen ist ja ich der kragen und rechts können zweiter müsste es weitergehen ja da ist auch noch mal ein checkpoint ja wow oder ich bin beim ersten mal gesehen habe so item angehe hast du nichts gelernt außerdem zeigt sich wolle es nie wie erwartet was genau hast du damit gemeint die vorstellung von sind das konzept der wollen ist es etwas ganz anderes also dort postkampf jetzt noch menschliche konzept der wolle ist verstehe wie zum beispiel lust auf such es dir aus ja da oben ist auch safe ist eine arena möchte da reingeben schiff lust erscheint jedem in anderer gestalt das macht ihn so gefährlich zu gefährlich auf auf keinen fall dave kommt da jetzt ein boss kam aber ruhig ich sterben das weil ich keine tränke habe uuuh schicke raum aber ja erreizt du wonach mich gelüstet was gibt es in dieser zerrotteten welt noch zu begehren macht hm ich hatte dich immer für die schlaue gehalten schade wie komme ich zu diesem ausgesprochenen vergnügen immerhin ein besuch von einem legendären reiter ich habe hier nur eines zu erledigen müssen wir uns der gewalt hin aber sag nicht dass es einer ist der sich behaupten kann die ganze zeit dein respekt interessiert mich nicht bloß dein kopf jetzt kann nicht ich bin kein barbar wie die anderen nein wir müssen uns nicht nochmal als feinde begegnen erzähl das dem freundlichen raten der ist nicht hier darum sage ich es deine königin der reiter mächtig bewaffnet mit der flammen fähigkeit einer kreuzklinge deiner legendären peitsche ich trotze deinen verlockungen oh ja meine geilen geilen peitsche wirklich die wahrheit ist oft verwirrend wenn man nicht hört du sprichst als wären wir von natur aus feinde warum muss das so sein ich kenne meine rolle im universum ich frage mich ob du deine je hinterfragt hast meine rolle ist es euch alle zu zählen vernichten junge wieso hast du diese wahl getroffen und ich habe mich dafür beworben habe eine ausbildung gemacht jetzt bin ich offizielle reiterin des schrecken zu todes irgendwas du weißt nicht einmal wieso du kämpfst oder kämpfst du für deine brüder natürlich nicht deine feindsägigkeit ihnen gegenüber ist bekannt sie weiß genau wie gut reißbar der charakter ist und jetzt nutzt sie es halt einfach mal gegen sie oh ja du glaubtest nie an das übergeordnete wohl bis es dir dienlich war nein 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 mir beweist dein tun eine ganz andere lust auf macht und privilegien und schutz vor dem unvermeidlichen fall der neffel letztlich macht uns das zur verbindeten oh wir helfen da aber jetzt mein boss kam was soll denn der kack das stimmt doch irgendwas das stimmt doch irgendwas das stimmt eine verarschung oder verschwörung aufgedeckt was für eine verschwörung himmel und hölle haben heimlich zusammengearbeitet um die apokalypse früher als erwartet herbeizuführen der feurige rat hat uns entsandt gemeinsam um auf beiden seiten chaos anzurichten das gleichgewicht wird wiederhergestellt die ruchlosen werden bestraft du meinst das alles wir sollen die herrscher beider seiten stürzen und da du dieses ziel so unerschütterlich verfolgt hast hat der rat verfügt dass du die reiter anführen sollst du wirst ein neues zeitalter auf der erde es kann also gar nicht stimmen natürlich endlich ergibt alles sozusagen oder entweder es stimmt jetzt wirklich oder ist es quasi so eine art tagtraum der die wollenlust ausge dass die vergangenheit gestartet hat heute leben wir um dir zu dienen stets zu diensten das ist nicht wusste ich es doch das war nicht real auch wenn es cool gewesen wäre mit den anderen zu arbeiten den versuch was fehlt du glaubst mich so gut zu können sehnst du dich nicht danach am meisten nach der macht andere so anzuführen wie es dir geliebt was illusion war könnte schon bald realität sein wenn du die wünsche anderer beiseite lässt kannst du dich auf dich konzentrieren letztendlich ist es deine entscheidung also entscheide dich du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen ja gut jetzt so viel von den moveset auswählen wie es geht wie ich sterbe ich hab brauche ich brauche eure tränke ich glaube halt das ist halt so ganz normales schwecken was sie da hat ja 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 also gut wie die auf die breine kriegt sobald ich meine tränke habe es sollte eine schaffen ich könnte er ohne mischen kein spaß ja du bist noch fragen ich probiere es mit den haltungspuragement jetzt zu schaffen es gibt eine cutscene bei half-life ich werde nicht du wirst dich nie wieder alle voll auf die neuen warum sollte er wenn er weiß dass ein pack mit dir nicht alter als ob es ein tag team boss battle ist also dass also ob der 2 gegen 1 ist der verführt sie und wird es nicht herrlich sein wenn du wieder mit ganzem schalen die himmelstor ein marschiert und diesen verdorbenen manipulation und munter in all ihrer pracht unser pakt ist annulliert wäre das nicht spaßig fuck off jetzt verstehe ich auch warum warum die so schnell also schnell ihr leben verloren hat als boss egal wie hoch du dich auch erhebst den Himmel wirst du nie sehen vergeude nicht mehr deine Zeit mit Dämonen und der Hand wenn du wirklich deine Macht beweisen willst ich bin auch froh da ich glaub beim diesem letzten engel mini boss da ich da auf normal gestellt habe weil die auf schwer werden wahrscheinlich ziemlicher abfuck ich will erstmal meine pizza in ofen so wichtig sagen zuerst habe ich löger steine ja habe ich alle kaputt machen dann gucken weil ich mir an ressourcen kaufen kann es sei ich habe für den wahren 500 der kaufschwelle ausgezeichnete kaufschwelle 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 ausgewischen aber erst mal habe ich besser ausgewischen habe ich da voll auf perfekt ausgewiesen da wollte jetzt aber soja jetzt kommen die cut ziehen das ist fragment lb lt aufs maul elektro aktivieren und stürm aktivieren nehme ich auch mal einfach zur sicherheit falls was passieren sollte die tränkchen nehmen die tränkchen nehmen das ist ja ewig logisch wenn ich sie hätte wenn ich sie einfach gefokust hätte hätte ich auch nicht mehr kämpfen müssen die spieler dieses spiels werden sich mit der zeit zu erkennen was wenn ich dir noch etwas kostbareres verrate verschone mich und ich sage dir wo du meine schwester sind neid und warum solltest du das tun aus welchem grund sollte ich diese feige heulsuse beschützen sie hat noch nie an vorderster front gekämpft sie hat die geheul des krieges noch nie erlebt sie ist die erbärmlichste von uns bring mich an den rand von heben und was du suchst wird sein ein reizvolles angebot ja doch ich bin es leicht dass deines gleichen mich für dumm hält ich werde die anderen sind selbst finden got to catch them all im grunde was du nichts als eine endlose leere die nie gefüllt werden konnte wie enttäuschend ich bin bereit wenn wir schon ne oder ja ja helden wollusts macht verheißung ist berauschend mehr noch wenn man so von kummer erfüllt ist wo sie jetzt vergehen ist verzeihlich dieses eine mal ich begreife nun besser was mit der erde geschehen ist und was dadurch auf dem spiel steht tot nützt ihnen nichts wenn wir überleben wollen wir alle sind allianzen nötig eine allianz mit ihm ich weiß nicht was ich sagen soll sag dass du mir den gefallen erwiderst vielleicht brauche ich ihn schon bald mein wort mag nichts bedeuten doch mein leben gehört dir fury sollte ich von intrigen gegen dich erfahren werde ich dir davon berichten hast du gerade einen dreckigen engel verschont er würde dir bei erster gelegenheit den kopf abschlagen du willst doch eine beobachterin sein du solltest es besser wissen bei unserer mission geht es um das gleichgewicht der welt und meins offenbar auch wollust hat mir gezeigt was ich werden könnte und das werde ich nicht sein und was willst du sein ich glaube um das rauszufinden bin ich hier ja es gibt eine neue fähigkeit endlich wollte auch mal zeit und lange zeit dass es nur eine neue fähigkeit gibt seltsam wirklich sehr seltsam mit jeder neuen herausforderung beweist du mehr tiefe was willst du du und ich wir sind uns schmerzlich bewusst welche endlose parade uns die geschichte aufzwingt kreaturen die nur auf ein einziges ziel aussieht doch diese geschöpfe sind ironischerweise völlig bedeutungslos komm zur sache fürst des abgrunds es ist überraschend nein erfrischend zu sehen wie etwas in die entgegengesetzte richtung steuert in dir erwartet in dir erwartet ein größeres bewusstsein für die schwächen die dich in ketten hielten schwächen soll ich sie aufzählen nein ich habe in letzter zeit genug gesehen um zu wissen dass es viele sind und genau und genau deshalb gebe ich dir dies wenn du es hältst gehört dir grenzenlos ab es vibriert in meiner hand ich verstehe nicht wenn die zeit kommt wirst du wissen wann und wie du es einsetzt kraftfähigkeit drücke jetzt wichtigste was für waffen habe ich zwei handhammer in der peitsche das können geil sein weil was ist sie und das für eine fähigkeit für die kugel alter so was willst du ja es sei gegrüßt das stand gemäß wie immer noch das heißt ja ich kann jetzt die türen die dinge aufmachen geil oh ja direkt ein item und zwei liter und skill punkt sind nämlich gerne mit du den kann ich auch gleich ausgeben zwei stück magie schaden wir halt nämlich sick hier scheint es endstation zu sein und ich muss dann quasi backtracking betreiben wahrscheinlich um die anderen sagen zu finden weil es ja nicht so weiter geht ich würde sagen das finde ich dann in der nächsten folge raus also ich werde jetzt ein bisschen wahrscheinlich noch auskühlen nach einem weg der auch weiter führt suchen und dann sehen wir uns das nächste mal zu einer neuen folge zia 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 Vielen Dank.